Hallo, ich bin die Carla von der Goldsbaude. Kommt einfach mal rein, ich zeige euch unseren kleinen süßen Laden und meine tollen Gäste. Kommt mit! Na dann gehen wir doch mal rein. Und was hast du zu sagen? Das Bier schmeckt, schulte es sowieso. Hier sind die Leute offen, hier sind sie ehrlich. Und das macht eigentlich die Goldsbaude aus. Wir haben einfach Spaß am Leben. So, so. Wir sind noch Spannung, wir lieben dich. Meine Gäste sind alle Altersgruppen, alle lieb, alle nett, verstehen sich alle untereinander. Den Laden gibt es seit 1800 in den 94 Jahren. Großeltern gemacht und dann hat sich das weiterhin verärmt. Berlin ohne Kitzkneipen? Kitzkneipe grenzt zu Berlin. Es gibt kein Berlin ohne Kitzkneipe. Berlin ohne Kitzkneipe wäre doof, traurig, öd, alles. Lang, liebe die Kitzkneipe. Lang, liebe die Goldsbaude. So, mag der Zanders. Gebt uns eure Stimme auf schulteis.de. Stimmt ab für die Goldsbaude. Wir hoffen, dass die Goldsbaude Kitzkneipe 2015 wird. Bitte stimmen Sie alle für uns ab. Kinder, und vergesst nicht, uns zu wählen. Wir sind die Besten, die Goldsbaude. Sollten wir gewinnen und Frank Zander kommen, nehmen wir Eintritt und spenden das für die Obdachlosen. Berliner, wir brauchen eure Stimme! Schön, dass ich Berliner bin. Hier müsst ihr mal vorbeischauen. Und nicht vergessen, abonnieren und Daumen hoch. Vielen Dank, euer Frank.